Wimmer, Jensen, der kleine Simonsen, Konter über Jensen, Torhüter, Jens Klede versucht es über den Sturmkeil, Jeuring, diesen breitschuldrigen Mann, gefault, deshalb dieser Freistoß, Jensen. Heinkes wartet, Chance für Heinkes, Jensen. Ja, da war ein Schnörkel zu viel. Jöring ist an Bonhoeff vorbei, Oferfercht, dem der Ball heute sehr häufig vom Fuß springt, ich habe ihn in Düsseldorf und auch beim Fuß. Jensen spielt dann auch frei und Jensen, vor allen Dingen größer um Erfolg gerechnet, solche Szenen machen die Zuschauer wieder wach. Jensen, wie der Klingbus berühmt und bekannt ist, dieser Heimnimbus, der heute zu schwinden droht. Und Jensen, ja, und Jensen ist schnell. Ich glaube, den muss er schon festhalten, da war ein Erster, sonst ist der Jensen weg. Ja, ja, der Schiedsrichter gut und gerne Elfmeter geben können. Ja, Tyson. Und dann Jensen. Drei gegen drei. Oferwerk gegen Jensen. Was gibt das? Ja, Jensen. Wie immer. Und die haben Sie gesehen, dass sich bei Twente Mühren bereit macht. Mühren mit der Nummer zwölf. Wer rausgekommen wird, weiß ich nicht. Jensen. Jensen. Heinkes. Jensen. Es wird weitergespielt. Und Jensen nimmt ihm praktisch Jensens Fehlschuss etwa ganz glatt, ganz glatt, gibt es nichts. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.